Herzlich Willkommen zu Böb's Bilanz. Oder sollte ich sagen, ein dreifach donnerndes, ja jetzt stecke ich in der Bredouille, zwischen zwei Kulturen, Helau oder Alaaf. Na gut, wir sagen Helau. Also ein dreifach donnerndes Helau zur Begrüßung. Ja, das ist jetzt wieder die Zeit im Jahr so vor Fasnacht, wo mich der unbändige Drang überkommt, mich zu verkleiden. Ich weiß nicht, dass es ihnen auch so geht, aber dann renne ich in den Keller, in meinen Fundus und suche dann was und muss mich einfach verkleiden. Diesmal jetzt als Pirat, mein Enkelchen hat mir dann die Augenklappe geliehen, die muss ich aber jetzt mal abmachen. Da sieht man ja ganz schlecht. Jedenfalls, das ist natürlich schon so ein Fragezeichen auch. Warum haben wir diese Lust, uns zu verkleiden? Immer, immer wiederkehrend, jedes Jahr vor Fasnacht kommt das. Und dann habe ich mich dann auf die Suche begeben in der Forschungsliteratur. Die Biologen, die haben dann gesagt, es gibt so ein paar, die haben das untersucht. Die haben gesagt, das ist so ähnlich wie bei den Zugvögeln. Da wird sozusagen dann in dieser Zeit des beginnenden Frühjahrs wird dann so ein Schalter umgelegt, ähnlich wie bei den Zugvögeln. Die machen sich jetzt von Afrika dann auch wieder nach hier, nach Europa dann zurück. Die haben ja sozusagen zwei Wohnsitze, können das dann auch als doppelte Haushaltsführung beim Finanzamt dann angeben und so. Und so ähnlich ist das wohl auch bei den Menschen, meinen die Biologen, dass wir dann so eine Art Fellwechsel haben. Dann zum Ausgang des Winters wird dann sich bunt kostümiert und so weiter und so. Aber so richtig überzeugt hat mich das nicht, weil dieses Jahr zum Beispiel sind wir ja spät dran und das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Letztes Jahr war der war ja fast noch viel früher, aber egal wann das ist, immer vorher, also eine Woche oder zwei vorher, kriege ich diese Lust mich zu verkleiden. Also es kann eigentlich nichts wirklich Biologisches sein, weil mit der Sonne und so weiter, das hängt ja dann nicht direkt von der Fasnacht ab. Da habe ich mich weiterhin auf die Suche begeben, bin aber irgendwie nicht so in der Wissenschaft, nicht so fündig geworden. Wie das immer so ist, sucht man dann natürlich, wenn man dann immer weiterkommt, im spirituellen oder religiösen dann eine Antwort. Und die exakteste Antwort hat mir dann eine fernöstliche Religion gegeben, der Buddhismus. Der Buddhismus glaubt ja an die Wiedergeburt, die Reinkarnation. Und da kommt ja schon dieses wieder Fleisch werden, dieses Karne, kommt ja dann vor, was man aus Karneval auch kennen, also sozusagen der Reinkarneval, könnte man sagen. Das heißt, wenn wir an Karneval oder Fasnacht diese Lust bekommen, uns zu verkleiden, dann ist das ein Widerschein von früheren Leben, der uns da die Auswahl führt. Das heißt, es ist kein Zufall, ob wir dann irgendwie Clown werden wollen oder sowas oder Pirat, wie jetzt in meinem Fall, sondern das hängt eben mit unserem Vorleben zusammen. Die Buddhisten glauben, dass das Vorleben dann immer auch bestimmt, wie man dann wieder auf die Welt kommt. Wenn man sich was zu Schulden bekommen hat, muss man eben dafür büßen. Zum Beispiel überlege ich die ganze Zeit, was musste denn dieser arme Mensch dann büßen, der jetzt dann in dem Gauland steckt und diese hessischen Charquettes tragen muss und diesen Müll absondern. Das ist schon eine schwere Belastung. Aber nach der Lehre des Buddhismus ist das sozusagen uns auferlegt, immer wieder geboren zu werden. Und wenn wir an Fasnacht dann so ein Kostüm wählen, dann hängt das mit einem unserer Vorlieben zusammen. Also ich bin mir von daher jetzt auch ziemlich sicher, dass ich in einem früheren Leben mal Cowboy gewesen bin. Dann war ich garantiert mal Indianer, Pirat sowieso und Clown. Deshalb sehe ich so komisch aus und so. Also das sind so Dinge, die sind mir einfach plausibel jetzt und von daher tue ich da jetzt auch nicht mehr weiter nach Erklärung. Ich glaube wirklich, die Wiedergeburt, das ist es. Reinkarnation hat ja auch einen großen Vorteil, wenn man so mal denkt, man wüsste jetzt exakt, als was mal wiedergeboren ist, wird, dann könnte man sich ja selber auch zum Alleinerben einsetzen. Das hat schon Vorteil. Das kann auch, das Ganze kann auch als Übergang, als Inhouse-Veranstaltung stattfinden. Nehmen wir mal an, Sie begeben sich in eine Klinik für einen Eingriff, nur Herz-OP gegen Hüft-OP oder so. Irgendwas geht schief, wechseln Sie einfach den Raum. In der neugeborenen Station geht es dann von neuem los. Der einzige Nachteil wäre natürlich bei der Reinkarnation dann der Dia-Abend, wo man so Bilder aus dem Leben zeigt oder so runde Geburtstage und so. Das könnte sich dann schon ziemlich stark dann strecken. Guck mal da, da bin ich schön zu sehen, wie ich dann da als Furcht fliege bei dem Napoleon auf den Epauletten dann sitze und so. Das ist dann schon ein bisschen anstrengend, dann so einen Dia-Abend dann hinter sich zu bringen. Jedenfalls, manchmal meditiere ich dann auch an Fassen. Jetzt habe ich auch dann meditiert und mich in die frühere Lebensstufen dann zurückversenkt und dann tauchen manchmal so Erinnerungsfetzen auf und unter anderem dann folgende Begebenheit. Ich war dann damals als Pirat in so einer Spelunke und neben mir steht so ein Kollege, auch ein Pirat, ich kannte den nicht. Er hat ein Holzbein, nur so ein Haken als Hand und eine Augenklappe, wie ich da auch. Dann sage ich immer, was haben Sie mit dir gemacht? Ich habe sie aber verschamuliert. Und er sagte, ja, ich habe den Schwertkampf gehabt, da haben Sie mir das Bein abgehackt und dann einer mit dem Entehaken hat mir die Hand noch dann demoliert, die musste abgenommen werden. Sag ich, und das Auge? Sag der, ja, da hat mir eine Möwe reingekackt. Ja, sag ich, aber davon verlieh man das Auge nicht. Sag der, ich hatte den Haken ja erst eine Woche. Ja, also in diesem Sinne, genießen Sie das Leben, was Ihnen jetzt momentan gegeben ist, genießen Sie die Fassenhaft und dann dreifach dann und das will auch. Jo, warm jetzt.